Hallo Leute, im heutigen Tutorial möchte ich euch diese vollautomatische Weed bzw. Weizenfarm vorstellen. Die Farm basiert auf den in der 1.8 eingefügten Villager Mechaniken und im nun folgenden Tutorial möchte ich euch zeigen, wie man diese Farm baut. Das Design bzw. die Grundidee zu dieser Farm stammt vom YouTuber mit dem Namen CrewProductions und der Link zu ihm ist natürlich in der Videobeschreibung. Im nun folgenden Tutorial möchte ich euch zeigen, wie diese Farm funktioniert, wie man diese baut und was man beachten muss, wenn man diese Farm benutzen möchte. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit dem Tutorial. Bevor wir mit dem Tutorial starten, möchte ich euch kurz erklären, wie diese Farm funktioniert. Dazu habe ich mir hier zwei Villager hervorberufen, welche ganz normal dabei sind, Weizen zu farmen. Auf der linken Seite haben wir den standardmäßigen Farmer, welcher Weizen abbaut und so sein Inventar mit Seeds und Weizen füllt. Und genau das wollen wir verhindern, denn der Villager soll in diesem Fall kein Weizen in sein Inventar aufnehmen und wie wir das machen ist ganz einfach. Hier vorne haben wir einmal einen zweiten Villager und wir wissen, dass Villager ein Inventar haben, insgesamt von 8 Slots. Diese 8 Slots könnten wir nun theoretisch füllen und genau das Ganze möchte ich jetzt einmal mit euch machen. Dazu öffnen wir einmal unser Inventar und schmeißen dem Villager nun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stacks mit Seeds zu. Diese sammelt er langsam auf und wir sehen, er wird anfangen auch hier sein Feld zu bestellen. Wir sehen, der Villager hat nun sein Feld bestellt und diese baut er auch wieder ab. Da sein Inventar aber jetzt voll ist bzw. nun nur noch von Seeds aufgefüllt werden kann, sehen wir direkt, dass das Weizen liegen bleibt. Und genau dieses Weizen wollen wir einsammeln und nun möchte ich euch zeigen, wie wir dieses Weizen einsammeln bzw. wie diese Farm funktioniert. Im ersten Schritt des Tutorials müssen wir uns nun für eine richtige Größe entscheiden. Dabei wäre eine Standardgröße bzw. eine Feldfläche von 8x8 Blöcken zu klein, da das Verhältnis von Größe und Effizienz nicht stimmen würde. Deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr diese Farm bauen wollt, mindestens eine Größe von 18x18 Blöcken aufzubauen. Das Ganze ist erweiterbar bis zu einer Größe von 27x27 Blöcken, aber das möchte ich euch am Ende des Tutorials zeigen. In diesem Beispiel nehmen wir eine Größe von 18x18 Blöcken und bauen genau deshalb einmal eine 18x18 große Grundplattform. Sobald ihr eure Grundfläche fertiggestellt habt, können wir weitermachen. Dazu markieren wir uns nun einmal Punkte mit Glowstone, auf denen nachher das Wasser sein soll. Ganz wichtig ist, dass das Feld mit ausreichend Wasser versorgt wird und dabei gilt die Regel, dass ein Wasserblock in einem Radius bzw. in einem Viereck von 4 Blöcken diese mit Wasser versorgen kann. Das heißt, wir gehen nun von der Ecke 1, 2, 3, 4 Blöcke weg, platzieren am 5. Block hier einmal ein Glowstone, sodass das Feld nachher mit ausreichend Wasser bzw. auch mit Licht versorgt wird. Das Ganze machen wir nun bei dieser 18x18 Größe an allen vier Seiten, sodass das nachher so aussieht. Das heißt, sobald man Wasser hier auf dem Glowstone platziert bzw. dann das bearbeitete Feld dort in der Nähe hat, wird dieser Bereich mit ausreichend Wasser und Licht versorgt. Im zweiten Schritt des Tutorials müssen wir nun das richtige Schienenmuster auswählen. Dabei gibt es kein richtig oder falsch. Ich möchte euch hier nun einen Vorschlag machen, wie man am besten die Schienen verlegen kann, denn dieser Weg ist meiner Meinung nach einer der einfachsten. Dazu markieren wir uns einmal die Mitte unserer Grundfläche, in diesem Fall ist das eine zweibreite Mitte und gehen hier einfach ein paar Blöcke nach hinten, sodass wir nachher hier unser Weizen aufsammeln können. Dann verlegen wir hier eine Reihe von Schienen, welche einfach gerade ungefähr bis in die Mitte der Farm bzw. unserer Sammelfläche geht. Nun gehen wir hier einen Block zur Seite, entfernen einmal diesen Block, entfernen diesen Block und lassen das Ganze so verbinden, sodass das Ganze nun so aussieht. Nun führen wir unsere Schienen einmal im Kreis, wie bei einer Spirale, bis zur Mitte. An den Seiten geht es nun so weiter, dass wir einfach hier einmal die Richtung ändern, so sieht das Ganze aus. Dann können wir hier wieder die Schienen platzieren und führen das Ganze dann einfach wieder zurück zur Mitte. So, nun sind wir bei den Glowstone-Lampen angekommen und nun filmen wir das Design genauso weiter, wie wir das gerade gemacht haben. Dabei verfolgen wir nun bzw. umranden wir nun hier einmal die Glowstone-Lampen und lassen das Ganze auch hier wieder bis zur Mitte zusammenlaufen. So, ihr seht, ich habe nun das Ganze richtig fertiggestellt. Das hier ist das Schienenmuster, welches wir nachher haben sollten und ihr könnt an dieser Stelle gerne das Video kurz pausieren, das Muster nachbauen und dann geht's weiter. Weiter geht's, indem wir nun unsere Power-Trails zum System hinzufügen. Ganz wichtig ist, dass nachher das Hopper-Minecart, je voller es wird, ein größeres Gewicht bzw. ein größeres Momentum kriegt. Das Ganze wird dafür sorgen, dass das Minecart nicht mehr so schnell fahren kann und mehr Power-Trails zum Ende hin benötigt werden. Ich würde euch empfehlen, ihr nehmt einfach hier einen Block auf Redstone, entfernt die Schiene und platziert alle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke eine Power-Trails bzw. hier eine bepowerte Schiene, die dafür sorgt, dass selbst ein volles Minecart bzw. ein volles Hopper-Minecart immer mit voller Geschwindigkeit weiterfahren kann. Das Ganze machen wir nun, zählen immer ungefähr 8 Blöcke ab, platzieren dann eine Power-Trail und so sollte unser System unendlich weit laufen. Im letzten Schritt des zweiten Parts dieses Tutorials müssen wir nun unsere Ausladestation anbauen. Dazu können wir einmal unsere Schienen hier vorne entfernen, gehen nun hier einen Block nach unten, platzieren hier eine Kiste bzw. eine Doppelkiste oder können das Ganze auch hier in irgendein Lagersystem einfügen, dann platzieren wir hier einen Hopper und einen Hopper, welcher in diesen Hopper reinführt. Darauf platzieren wir nun eine bepowerte Schiene und nun müssen wir das Ganze nun einmal bzw. das Signal rausnehmen, sobald ein Hopper-Minecart da raus steht. Zuerst platzieren wir hier hinter einem Block, sodass das Minecart nicht rausfallen kann. Dann gehen wir auch hier wieder einen Block nach unten, platzieren hier einmal einen Redstone-Combinator, welcher erkennt, ob ein Minecart mit Items da drauf ist. Nun wird das Signal einmal nach hier oben weitergegeben bzw. in diese Redstone-Torch invertiert. Dann platzieren wir hieran einmal einen Redstone und zu guter Letzt muss dieses auch bepowert werden, deswegen wird auch hier oben drüber ein Block hinzugefügt. Nun ist das Ganze schon einsatzbereit und wenn nun ein Hopper-Minecart hier vorne zum Beispiel auf den Schienen steht bzw. mit ein paar Items, so 16 Stück in diesem Fall, dann hier drüber fährt, sehen wir, dass dieses hier drauf stehen bleibt. Das Ganze wird erkannt. Die Items werden hier vorne einmal in die Kiste reingefüllt und sobald das Hopper-Minecart leer ist, macht es sich wieder auf den Weg, sammelt wieder Weizen und Seeds ein und füllt diese dann schließlich in die Kiste ein. Im dritten und letzten Schritt dieses Tutorials müssen wir nun diese Grundfläche einmal komplett mit Erde auffüllen. Sobald ihr nun die Grundfläche einmal mit Erde überzogen habt, beginnt der einfache Part. Wir platzieren nun Wasser in einmal in alle unsere vier Löcher, dann verschließen wir diesen Bereich entweder mit einem Oak-Fence oder mit einem Lillipad, damit die Villager bzw. unser Villager nicht im Wasser landet. Zu guter Letzt müssen wir die Felder bearbeiten und zusätzlich noch einmal einen Zaun ringsherum um unsere Farm bauen, sodass der Villager nicht durch Zufall hier runterfällt. Bevor wir nun unseren Sklaven, ähm, Entschuldigung, ich meine natürlich Villager an die Arbeit lassen, müssen wir das Feld einmal selber manuell mit Weizen bestellen, sodass er nicht aus Versehen sein ganzes Inventar leert, indem er den Bereich hier vorne mit Seeds vollklatscht. Sobald ihr das Feld nun manuell bestellt habt, könnt ihr euren Villager herbeirufen. Dabei ist es ganz wichtig, dass der Villager in die Kategorie Farmer gehört, also ein komplett braunes Leibchen bzw. Outfit anhat. Nun müssen wir davon ausgehen, dass das Inventar leer ist. Das Ganze kann man überprüfen, indem man den Villager einfach auf ein leeres Feld setzt und schaut, ob dieser noch Sachen wie Kartoffeln, Karotten oder Brot anpflanzt bzw. Brot zu seinen Mitspielern bzw. anderen Villagern rüberwirft. Sobald ihr sichergestellt habt, dass der Villager ein leeres Inventar hat, nehmt ihr nun wieder 8 Stacks von Seeds, schmeißt sie wieder auf den Villager. Das Ganze habe ich nun einmal getan und dann überprüfen wir das Ganze, ob er diese Seeds aufnimmt. Das macht er in diesem Fall nicht. Das heißt, sein Inventar ist mit Seeds gefüllt und dann können wir den Villager hier vorne einmal freilassen und ihn an die Arbeit gehen lassen. Im Grunde genommen ist die Farm nun fertig und ich möchte euch zum Schluss noch ein paar Tipps geben, warum die Farm eventuell nicht bei euch läuft bzw. wie man diese Farm noch erweitern kann. Zu guter Letzt möchte ich euch noch zeigen, wie man diese Farm erweitern bzw. die Kapazität dieser Farm erhöhen kann. Dazu habe ich die Größe des Feldes auf 27x27 Blöcke angepasst, was auch die maximale Größe ist und das Ganze 8x gestapelt. Das heißt, ich kriege jetzt mit dieser Farm bis zu 6000 Items die Stunde und ich denke, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr gutes Ergebnis und theoretisch könnte man diese Farm unendlich oft vergrößern. Nun möchte ich euch noch ein paar Fragen bzw. Probleme beantworten, welche auftreten können. Das erste Problem, was in der Regel bei solchen Farmen auftritt, ist die Frage, warum mein Villager keine Seeds aufnimmt. Das kann einmal sein, dass ihr nicht darauf geachtet habt, dass das Inventar des Villagers wirklich leer ist. Es ist ganz, ganz wichtig, dass sich kein Essen, sondern nur Seeds im Inventar befinden und der andere Grund, der öfters auftritt, ist, dass wenn ihr auf Vanilla-Servern spielt, ihr das Mob-Griefing ausgeschaltet habt. Ganz wichtig ist, dass dieses angeschaltet ist, denn ansonsten kann der Villager natürlich auch keine Seeds aufnehmen. Die zweite Frage, die bestimmt auftreten wird bei einigen von euch, ist, warum der Villager kein Weizen abbauen wird und das Ganze liegt auch daran, dass der Villager wahrscheinlich Essen im Inventar hat. Ihr müsst wirklich hundertprozentig sicherstellen, dass keine Karotten, Brot oder Kartoffeln bzw. Karotten im Inventar sind. Das Ganze funktioniert in diesem Fall auch nur mit Weizen, denn hier kann der Villager unterscheiden zwischen Weizen und Seeds. Und ganz wichtig ist, wie gesagt, dass wirklich nur Seeds im Inventar ist. Kein Weizen, kein Brot, keine Kartoffeln und keine Karotten. Ansonsten hoffe ich, hat euch dieses Tutorial gefallen. Falls ihr weitere Fragen habt, scheut euch nicht, das Ganze einfach unten in die Kommentare zu schreiben. Ich versuche, möglichst viele von euch zu beantworten. Ansonsten bedanke ich mich für euch fürs Zusehen und viel Spaß beim Nachbarn. Bis zum nächsten Mal.